Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde PlayerUnknown's Battleground zusammen mit Klaus. Bewertet den Part und wie immer viel Spaß! Adam ist einer bei E, bei E auf dem Container. Hab ihn genockt. Sein Mate rennt gerade nach links weg. Ich seh ihn, ich seh ihn jetzt, er ist links bei den Containern. Hab beide. Ich glaub die DP28 ist meine Waffe. Achtfach, Schalldämpfer, Military Weste, die haben unseren Nut bekommen. Top-Kack. Ich find's sehr interessant, dass ich nicht tot bin. Das Geräusch war witzig. Das klingt als wäre ich gegen ein anderes Auto gefahren. Willst du mir was sagen? Ich hab Eier aus Stahl. Die Frage ist aber dann, wo hast du deine Eier kleben, dass ich die gestreffen hab? Ja mittlerweile zwischen deinen Reifen. Achso. Wir werden abgeschossen. Ja, von links. Ich will nicht sterben. Ne, von rechts. Ja, wir fahren hier die. Laschieren. Sag mal hier, die töten. Ja. Halt an. Ich werd, was? Ah, die treffen meine Beine. Die haben meine Füße getroffen. Deswegen bin ich auf dem Auto. Miese Schwein. Wo sind die? Sind die in den Büschen? Ich glaub in den blau-weißen Häusern. Aber ich bin nicht sicher. Ich hab keinen gesehen. Das ist nur Vermutung. Bock getroffen? Ne, das ist... Ah, ich seh jetzt von dem anderen aus. Ja. Ja, lass weg hier, lass weg hier. Hab ihn einmal. Hab ihn einmal. Ja, lass kurz um die Ecke gehen, wenn ja. Ich hab ihm einmal einen Bodyshot damit gegeben mit der K. Aber das war's. Will ja eigentlich weg. Ja, dann lass fahren. Wir haben zwei Gegner um uns herum. Das macht echt keinen Sinn. Ah, da kommt ein Auto. Kommt ein Auto. Warte. Es fährt einfach nur. Hey, da ist keiner mehr drin. Oder? Das ist irgendwie mit einem Kameran nach vorne gefahren. Ja, ja. Die sind draußen. Oh, Schüsse links. Ja, war das auf der Insel? Ich glaub das war auf unserer. Das war auf unserer Insel. Aber dann müssten die bei 285 sein. Ja, da läuft wer. 290. An der Klippe. Jetzt wieder runtergelaufen. An der Klippe. Da siehst du ihn wieder. 290. Ah, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Ja. Okay, gut. Dann hast du ihn offen. Ist aber gut. Können die gerne machen. Flugzeug fliegt über uns. Wir können ihn abaimen. Äh, er steht gerade gut. Er steht gerade gut. Soll ich? Ich weiß. Es sind zwei. Ne, wir können den Kill nicht holen und dann wissen die, dass wir auf jeden Fall hier sind. Außer mit dem Charlie kannst du es von mir aus. Ja, aber der hat uns auch jetzt schon gesehen, oder nicht? Ich glaub nicht. Wir haben ja einen Teil. Doch, doch, doch. Der, der guckt genau... Von mir aus kannst du mit dem Charlie, aber... Ach stimmt, ich hab ja einen Charlie. Der hat gedroppt. Willst du zum Drop? Alter? Der hat es eigentlich angekontestet, der Drop. Lass mal zum Drop. Mist. Klaus? War das Absicht, um es dann zu zeigen? Da ist wer. 2, 2 Motorräder. Hinter uns auch noch, glaub ich. Da ist er. Ich seh ihn nicht. Ich seh auch nicht den Typen, aber... Die sind da drin. Was? Das ist einfach nur ein Witz, dieses Spiel. Oh, Leute. In der Stadt ist doch wer? Was? Da, ich seh ihn sogar. Äh, für... Äh, eh war er gerade. Eh. Oh, okay. Ah, ich seh sogar noch wen anders. Bei 105. 105, da ist das Motorrad. Genau hinter dem Baum sind die. Beide. Die grünen, ja. Ja, genau, dahinter halt. Hab ihn einmal. Sie gehen da links? Ich schreib mal hier raus, ich schreib mal hier raus. Ich aim weiter ab. Ich hör was. Ich hör was. Motorrad. Dings. Ah, ja, okay. Ich kann... Ah, ich seh es. Sie sind beide drauf. Ja. Ja, sie... Sie haben, glaub ich, sogar einen Unfall. Weiß ich nicht. Jetzt sind sie dahinter. Alter. Oh, ich bin nicht drin. Was? Ich bin hier nicht drin. Gott. Aber da waren doch noch mehr. Ne, das waren die zwei halt. Ja, aber die haben... Achso, ja, ja, klar. Das stimmt, das stimmt. Naja, ist mir egal. Ich bleib jetzt hier. Die sind aber... Da sind sie! Da sind sie hinter dir! Ja. Hab ihn. Hab ihn einmal? Ah, nice. Instant down. Achso. Da ist noch ein Schuss von draußen. Ja, da an der Brücke ist vielleicht einer. Da unten. Unten, unten an der Brücke am Pfeiler. Ah, ich seh es. Jetzt ist er nach rechts weg, der eine? Ja, aber der andere ist noch links am Pfeiler. Okay. Dann geh ich jetzt hier fahren mit zum Baum. Hab ihn, hab ihn. Nice. Drei Stück. Lauf, lauf, lauf! Drei Stück! Da sind drei! Da sind drei, die Team. Ernsthaft. Oh nein, nächstes auch noch einer. Ah ne, die kämpfen. Am Auto. Oben am Auto. 275 W. Ah ja, ich seh es. Ich seh es. Hab ihn zweimal. Er ist raus. Hab ihn. Oh Mist, ich war außerhalb der Border. Du musst rein. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Da am Auto ist doch wer. Ja, ich muss mich heilen. Hab ihn einmal. Er ist wieder draußen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Den toten oder den Mate? Beide, beide sind tot da. Beide sind tot. Ich guck kurz nach hinten, dass der Typ nicht von hinten kommt. Ich glaub der ist gestorben. An der Kackhütte sind bestimmt welche. Warte. Schmeiß mal Boost rein. Ah ja. Ich hab nur einen. Nur einen Boost. Einen Energy Drink hab ich. Ich geb dir ein Penkin. Sind wir zu dem Auto? Weil die wurden ja nicht abgeschossen. Ah nö. Ah ne, wir sind in der Zone. Eben. Warum sollten wir uns denn da hin bewegen? Ich hab das nicht gesehen, dass wir in der Zone sind. Ich crouch mal nach vorne. Alter, ist da wer? Ja, da ist wer an der Kackhütte. Das ist Motorrad. An der Kackhütte hab ich grad wen gesehen. Okay. Da, ja schon wieder. Ja, ich seh den. Mist. Rechte Seite ist er. Ich hätte ein bisschen warten sollen noch. Hab ihn einmal. Stirb noch nicht, stirb noch nicht. Ne, ne, ne. Scheiben beide da zu sein. Würde ich jetzt denken. Also einer hab ich auf jeden Fall gesehen. Ja, da ist. Ja, sind beide. Oh ja, sie sind ja schon voll da. Hab einen, hab einen. Wo ist der andere? Hallo? Links am Baum. Ich sehs. Er stirbt. An der Border. Hab ihn. Kopfschuss. Ja, ich hab nix. Hier ist einer bei mir. Direkt bei mir. Ich hab noch nix. Ja, ich seh ihn auch. Hä? Ach da. Ah ok. 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 Ich hab ihm einen Headshot gegeben. Ihm ist nichts passiert. Interessanter Move. Er liegt. Ab einen. Kann dir noch nicht helfen. Ich brauchst du nicht. Ich brauch's gut. Ich bin schon hinter der Wand. Hab einen dreimal. Ich renne jetzt rein und bring ihn um. Ja, ich seh ihn. Ich hör ihn. Ah, ich komm mal zu dir. Ah, ich seh ihn. Hab ihn. Hab ihn. Das was er made. Ich hab zwei. Da rechts. Er rennt. Rechts, rechts, rechts. Ok. Ja, das ist der, den ich auch schon zweimal getroffen hab. Ja, den hab ich auch dreimal getroffen. Ah, da ist er doch. Oben drauf. Hab ihn. Er ist tot. Äh, UMP hier oben. Mit richtigem Filmoni. Ja, ich komm direkt. Komm direkt. Hier oben auf den Turm. Denk dran. Bei den zwei Lagerhallen hab ich mich am Anfang mit welchen gebattelt. Ja. Leben die noch? Ja. Schalli für ne AR. Das ist mal ne Runde, Klaus. Da ist wer. Wo? Hier direkt vor mir. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn erlegt. Fünf Kills. Alter. Wolltest du den Drop looten? Ja. Ja, da hinten ist ein Buggy. Also ich hab halt 18 Schuss, ne. Ja, hier ist wer. Oder? Soll ich nicht kommen? Ich hab einen Unfall. Ah ne, es war ein Busch. Ich hab einen Unfall. Ich liege auf dem Rücken. Und wieder gerade. Lol. Ah ja, das ist ein Busch. Lol. Die sind ja echt aus. Der wurde gelootet. Der wurde gelootet. An sich wär nen Drop ganz krank. Aber wir könnten eigentlich auch schon irgendwie nach hier fahren. Weil in den Häusern können wir eh nicht bleiben, die da vorne sind. Nach da willst du? Irgendwo. Oh, Flugzeug. Über uns. Hat gedroppt. Hat gedroppt. Er landet auf der anderen Insel. Ernsthaft? Ja. Dann fahr ich ja mal rum. Ja, schwimm. Oh nein. Ja, aber vielleicht seh ich ja irgendwen unterwegs. Wenn, dann überfahren. Ja, mach ich. Mit der Macht Gottes. Beide. Double Kill. Wow. Ich werd abgeschossen von der anderen Uferseite. Ja, von der anderen Uferseite. Scheiße, ich seh's. Ich guck kurz rein. Na, AWM guck. Hol den. Ich hab ihn einmal. Ah. Ich lieg. Ich lieg. Nein. Bitte finish mich nicht. Ich nehm die AWM kurz raus. Sonst kann ich nix machen. Ich hab übrigens keinen Koffer. Ich kann dir hier Zeit droppen. Sollen wir wegfahren? War da was drin? Hast du geguckt was drin war? Ja, ne AWM hab ich drin. Ne AWM. Aber da ist noch mehr drin. Ja, da ist noch mehr drin. Die hast du rausgeholt, die AWM? Ja, ja. Da muss ich kurz. Deswegen konnte ich nicht direkt schießen. Einfach nur mal um Stress zu machen. Von wo? Ja, okay. Nice. Ich komm links. Muss eigentlich. Ich lauf mal durch. Oh, von der anderen Seite. Ich bin beim Auto. Ja, ja, ja. Ich werd's. Ich geh einfach hier ins Auto. Ich bin zum Drop gegangen. Ich trottel. Ich lieg. Ich lieg. Ich lieg. Wo zur Hölle sind die denn bitte? Dass der mich von links treffen konnte. Und jetzt noch von rechts. Okay, ich hab keine Lust mehr auf das Spiel. Also wenn du beide tötest, dann haben wir's. Wenn nicht, dann ist es halt vorbei. Ah, ich glaub zu schnell. Ich bin tot. Meine Runde ist vorbei. Ich hab ihm mindestens zwei Header gegeben und keiner der Schüsse trifft. Wo waren die bitte? Wo waren die? Ich hab nur den Linken gesehen. Ja, aber wie konnte der mich auf einmal da am Baum treffen, frage ich mich. Weiß es nicht. Ja, vor allem da war ne Adrenalinspritze drin, ne? Ja. 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 Ernsthaft. Ja. Ernsthaft. Das war das, was mich praktisch getötet hat, kann man sagen. Okay. Dann bewerte mal den Part, schaut in die Videobeschreibung, da ist der Klaus verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, Leute. Tschüss. Bis dann, Leute. Tschüss.